So reagierte Sarafina Wollny ihre zweite Schwangerschaft. Sarafina Wollny, 27, schwebt im absoluten Mama-Himmel. Jahrelang hatten die TV-Bekanntheit und ihr Ehemann Peter, 30, verzweifelt versucht, endlich Nachwuchs zu bekommen. Zahlreiche Versuche der künstlichen Befruchtung waren fehlgeschlagen, doch dann klappte es 2020 plötzlich auf natürlichem Wege und sie bekam gleich Zwillinge. Inzwischen ist Sarafina sogar ein weiteres Mal schwanger, und kann ihr Glück immer noch nicht glauben. Auf Instagram wurde die werdende Mama gefragt, wie sie auf die unerwartete Schwangerschaft mit Baby Nummer 3 reagiert habe. Ich war sprachlos und glücklich. Kann es irgendwie immer noch nicht glauben. Unser drittes Wunder ist auf dem Weg, berichtete Sarafina daraufhin total happy. Inzwischen ist die Influencerin in der 12. Schwangerschaftswoche und kann es kaum erwarten, ihr Kind endlich auf der Welt zu begrüßen. Von dem glücklichen Umstand hatte Sarafina im vergangenen Dezember durch Schmerzen im Unterleib erfahren. Von der Frauenärztin wurde ihr dann die fröhliche Nachricht überbracht. Sie sagte dann, da ist eine Züste, und herzlichen Glückwunsch. Du bist schwanger, hatte die Tochter von Silvia Wollny, 57, ausgeplaudert.